Ja, ja, ihr werdet jetzt auch denken. Der Krön macht uns Spaß, spricht von Konzeptänderung und das sieht dann so aus, dass er statt einem langen Video 2, 3, 4 kürzere macht, kommt dann aber auch auf die Gesamtminuten oder Stundenzahl. Ne, ne, wird sich auch noch in der Zukunft ein bisschen anders da gerieren, garantiert natürlich immer, wenn irgendwas erscheint, wie jetzt zum Beispiel das mit diesen Schimären aus zwei Affen geschaffen, was jetzt so nicht an der Tagesordnung liegt, wie andere Meldungen, kommen die natürlich auf jeden Fall mit rein, nur das eben wieder das und das und das und die Gewalt und das. Ne, sicher nicht, also ihr werdet das schon in den nächsten Tagen schon anders da erleben. Ja, das ist also dann hier nochmal eine Programmvorschau, immer noch 9.11.2023. Könnt ihr dann gerne verfolgen bei VK, Beatshoot, Odyssey, bei Rumble getrailert, dreimal auf YouTube getrailert und ja, dann sucht euch eine Plattform aus und dann sehen wir uns doch hoffentlich und hören uns gleich wieder. Tschüss!